Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Marktausblick. Ja, letzte Woche musste es leider ausfallen, ist aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel passiert im Markt. Trotzdem, diese Woche hat sich dann schon einiges mehr getan. Wir hatten viele Datenzahlen, Fakten mit Inflation, mit was weiß ich, Arbeitslosenzahlen und sowas. Nächste Woche wird ein bisschen ruhiger, trotzdem ein, zwei Sachen, auf die wir auf jeden Fall achten sollten und ob möglicherweise der US-Dollar vor einer Recovery steht, also vor einer V-Shape Recovery und dass die Märkte ein bisschen beeinflussen könnte, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Natürlich auch die traditionellen Märkte. Wir werden uns Gold und Bitcoin natürlich auch noch dazu anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, Signale oder sonstigen Infos, die ich hier poste, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, alles for free und checkt auch gerne meinen Partner BingX ab. Ihr habt immer noch die Möglichkeit, euch knapp 150 US-Dollar an Free-Bonuses zu holen. Einerseits die 20 und 30 US-DT, die könnt ihr direkt lostraden, sobald ihr euch registriert habt. Die kriegt ihr for free und die anderen sind an kleine Handelsbedingungen geknüpft. Also wenn ihr Bock habt auf Free-Trades, checkt auch gerne meinen Partner BingX ab. Link ist auch unten in der Videobeschreibung. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den US-Dollar. Momentan bei ungefähr 101 US-Dollar traden wir hier. Wir hatten nochmal einen leichteren Abverkauf hier runter in die 100-Dollar-Region. Wir haben uns diese Tiefs hier drüben abgefischt, kein Close richtig darunter gesehen, nur die Liquidität darunter gefischt und haben eine deutliche Recovery gesehen. Natürlich, ich habe es heute früh im Video schon gesagt, Banken, Aktien sind sehr, sehr gut gelaufen diese Woche. JP Morgan hat sehr, sehr gute Zahlen geliefert, Wells Fargo hat gute Zahlen geliefert und auch BlackRock, die mittlerweile, wenn ich mich jetzt nicht richtig verlesen habe, 9 Billionen an Assets verwalten. Und das, obwohl wir eine Bankenkrise haben. Also die großen, die richtig fetten Banken werden momentan einfach noch keine Probleme haben, so wie die Zahlen das zumindest hergeben. Kleine und mittelgroße Banken mache ich mir ganz ehrlich immer noch ein bisschen mehr Gedanken. Trotzdem, das hat jetzt erstmal dem US-Dollar ein bisschen Aufwind gegeben. Wir haben aber noch kein richtiges Hoch gesehen. Ihr seht hier, diese 4-Stunden-Supply-Zone, die wurde jetzt erstmal ein bisschen hier überschritten mit einem WIC. Das heißt, die Liquidität wurde abgegriffen. Sieht erst einmal scheiße aus, muss man ganz ehrlich so sagen. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sich hier der US-Dollar nächste Woche, also die XY, hier nochmal versucht, ein höheres Tief zu fischen. Und dann zumindest hier oben die Region 102 bis 102,2 US-Dollar erst einmal anfischt. Hier liegt dann auch erstmal so das signifikante letzte Tief, was wir gebildet haben. Sollten wir hier drüber kommen. Seht ihr auch hier, wir haben hier einen fetten Downtrend. Den könnte sich der DXY dann erstmal holen und erstmal zumindest eine kleine Erholung starten. Wir wurden hier dramatisch abverkauft oder was heißt dramatisch, es ging ordentlich nach unten. Ich bin auch immer noch kein Fan vom US-Dollar. Ich glaube auch nicht, dass der US-Dollar jetzt die nächsten paar Wochen komplett in sich kollabieren wird. Man wird versuchen, dieses System so lange wie möglich am Laufen zu halten. Das habe ich schon öfters gesagt. Das mit China geht zwar alles relativ schnell momentan, trotzdem wird ein US-Dollar weiterhin existieren und nicht übel schnell jetzt hier, sag ich mal, verrecken oder sonstiges. Trotzdem, charttechnisch wären diese zwei Level hier auf jeden Fall interessant. Bilden wir ein höheres Tief, könnte das erstmal der vorläufige Boden sein. Wäre dann auch ein Indiz dafür, dass wir hier erstmal nochmal den US-Dollar dann longen können. Ihr wisst, ich bin momentan ein bisschen oder versuche mich mehr an die Forex-Thematik ein bisschen mehr einzuarbeiten. Und kann man natürlich auch bei Bing extraiden. Und deswegen habe ich momentan jetzt erstmal einen Euro short. Euro hat sich die letzten Wochen sehr, sehr gut verhalten. Aber dadurch, dass ich jetzt erstmal davon ausgehe, dass sich der US-Dollar ein bisschen wieder verstärken könnte, zumindest vorübergehend, bis dann vielleicht die nächste Fett-Zinssitzung ist, bin ich dann jetzt hier erstmal long eingestellt. Ich erwarte hier nochmal den Rücksetzer. Sollte dieser kommen, werde ich mich hier auf jeden Fall erstmal long positionieren. Gut, dann gehen wir auch schon direkt in die traditionellen Märkte rein. Fangen an mit dem S&P 500. Hier hat sich leider wenig getan die letzte Zeit. Auch letzte Woche ziemliche Seitwärtsbewegung, keine wirklichen Impulse. Auch bei Bitcoin, wenn wir das so ein bisschen immer Vergleiche ziehen, dass wir ja hier sehr korrelieren. Auch mit dem Nasdaq, wo wir gleich dazu kommen, hat sich sehr, sehr wenig getan. Die Hochs, hier oben, wurden noch nicht angetestet bei 4.200 Punkten. Das sind eigentlich so momentan so ein bisschen die signifikanten Level, auf die es wirklich ankommt. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem Daily-Timeframe an. Sehen wir auch hier. Das sind einfach die Hochs, sobald wir hier über die Marke von 4.230 US-Dollar kommen oder 4.230 Punkten, dann bin ich hier deutlich bullischer unterwegs. Ansonsten seht ihr hier schon, ist es eine übergeordnete Seitwärtsphase. Es hat sich die letzten Wochen wieder wenig getan. Wir hatten unser Breakout aus diesem Falling Broadening Wedge. Schön auch mit Bestätigung, dann der nächste Impuls. Wichtig wird jetzt aber, wie gesagt, dass wir hier ein höheres Hoch reinkriegen, damit wir auch einen schönen Abtrend reinkriegen. Volumen geht so langsam raus. Ich gehe aber auch ganz ehrlich davon aus, nachdem die letzten Wochen jetzt sehr, sehr gut gelaufen sind, auch bei Bitcoin, wo wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, dass wir hier erst einmal nochmal eine kleine Recovery nach unten hin sehen. Da kann ich mir weiterhin diese grüne Box, die haben wir auch schon etwas länger hier unten stehen bei den 4.000 Punkten, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wir haben hier unten nämlich noch so ein kleines 7i-Gap. Gut, das heißt, dass wir nochmal, wenn der Dollar wieder ein bisschen recovert, dass wir hier nochmal ein bisschen runtergehen und dann mit dem nächsten Leg-Up hier oben versuchen, die 4.230-Punkte-Marke zu treffen. Das heißt, ich würde mich momentan, ich würde mich hier nicht short orientieren, würde ich nicht machen an dieser Stelle, eher dann bei einem Rücksetzer auf jeden Fall eher das Long-Ultimatum dann hier unten mitnehmen. Gut, dann gehen wir rüber zum Dow Jones, auch sehr, sehr wichtig. Hier müssen wir aber ganz kurz mal mit den kleineren Timeframes anfangen, weil das ist so dieser Kontraindikator, warum ich momentan eher davon denke, dass wir eben nochmal ein bisschen tiefer gehen. Wir haben eine schöne bullische Woche hinter uns oder auch so die letzten Wochen waren dann doch wieder etwas bullischer. Von den 31.8 bis auf 33.000, knapp 34.000 Punkte sind wir gestiegen, haben jetzt aber auch hier das letzte Hoch, was wir hier gebildet haben, hat einfach nur die Liquidität abgegriffen. Vor allem auf der 4-Stunden-Candle, wir schauen uns das mal auf der 1-Stunden-Candle an, auch hier kein wirklich signifikantes Hoch mehr gebildet. Wicks und dann kam eben dieser Abverkauf, den wir jetzt zum ersten Mal minimal recovered haben. Wenn wir uns das aber jetzt mit dem FIP-Level mal ein bisschen genauer anschauen, ein bisschen reinzoomen, sehen wir auch, okay, wir sind hier kurz vorm Golden Pocket. Also es könnte auch am Montag eine entscheidende Phase werden für den Dow Jones, kriegen wir hier, sag ich mal, das tiefere Hoch rein, eindeutiges Short-Signal und dann nochmal Richtung 33.000 Punkte ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Das heißt auch hier momentan noch kein Short, ich würde auf jeden Fall nochmal den Montag abwarten, gibt es irgendwelche neuen News. Momentan auf jeden Fall nicht, Montag bis Mittwoch ist ruhig und kommen wir jetzt auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber momentan würde ich jetzt hier übers Wochenende erstmal noch keine Short planen, ich würde hier wirklich bis am Montag warten. Kriegen wir am Montag hier wirklich diesen Hit rein, kein höheres Hoch, dann ist es auf jeden Fall ein klares Short-Signal und wir nehmen die Bewegung auf jeden Fall hier möglicherweise sogar bis 32.800 Punkte erst einmal mit. Wir können uns auch hier mal ganz kurz das FIP-Level dazu ziehen, sieht relativ ähnlich aus im Bitcoin. Natürlich Bitcoin deutlich, deutlich impulsiver, aber trotzdem von der Bewegung her ziemlich, ziemlich gleich. Und da seht ihr auch die 32, naja, sag mal, 32.9 ist das 0,5er bis ungefähr 32.5 das Golden Pocket. Das wären so die Zonen, die sehr, sehr interessant werden könnten, um ein potenzielles höheres Tief zu bekommen und von hier aus eine Recovery bis ungefähr 35.000 Punkte zu starten. Es hat sich, aber auch hier muss man sagen, grundsätzlich wenig geändert, die Seitwärtsphase überwiegt. Klar, wir hatten nochmal diesen Retest auf unserer Downtrend-Linie, aber an sich hat sich hier momentan zumindest wenig getan. Quartalszeilen nächste Woche müsste, glaube ich, auch relativ ruhig sein. Also es würde schon sehr, sehr gut passen, kleine Recovery und dann mit einem neuen Leg-Up nach oben. Das heißt, ihr seht, S&P 500 auch ein bisschen short, ohne wirkliches Short-Signal. S&P, Dow Jones dann wiederum eher short mit potenziellen Short-Entry. Am Montag werde ich euch natürlich in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden halten. Gut, dann gehen wir rüber zum Nasdaq. Wie sieht es da aus? Hat sich sehr, sehr gut verhalten, so wie wir das besprochen haben. Key-Level hier oben wurde angetestet. Die letzten Tage auf dem Daily-Time-Frame sehr, sehr wenig Bewegung. Deswegen machen wir jetzt das erstmal weg. Hat sich sehr, sehr gut so verhalten. Wie gesagt, die Box hier oben ist eben dieses Key-Level aus der Vergangenheit, wo wir immer wieder Support und Widerstände hatten. Da sind wir noch nicht wirklich durchgekommen. Und wir haben auch hier, da machen wir das FIP-Level mal ganz kurz weg, erstmal hier unten noch ein CME-Gap bei 12.656 Punkten. Könnte noch gefüllt werden. Und wenn wir uns das FIP-Level von dieser ganzen impulsiven Reise hier oben nach oben anschauen, würde auch der Bereich um 12.280 Punkte sehr, sehr gut reinpassen. Durch dieses Void, durch diesen impulsiven Anstieg, durch die paar CME-Gaps, die wir unten haben. Also auch hier tippe ich erstmal darauf, dass wir erstmal ein Short eingehen könnten. Dow Jones gefällt mir ein bisschen besser, wegen dem Hochsee abgefischt wurden. Hier eben noch nicht. Und mit einem Stop-Loss. 5% ist ein bisschen viel. Aber zumindest hier oben in die Region, wo wir kurz das nächste CME-Gap haben, 3% bei 13.476. Aber auch hier kann ich euch nicht versprechen, dass ich wirklich das Signal mache. Dow Jones gefällt mir charttechnisch viel, viel besser, auf den kleineren Timeframes, auf den größeren Timeframes, als hier der Nasdaq. Und Nasdaq kann immer durch die Tech-Werte ein bisschen verfälscht sein. Also das heißt, wir können hier einen impulsiveren Anstieg sehen, als zum Beispiel beim Dow Jones. Deswegen würde ich hier erstmal ein bisschen vorsichtig sein mit Short. Aber ist auch vermerkt, Dow Jones und Nasdaq gefallen mir Short-technisch am besten. Dann kommen wir mal ganz kurz zu den News rüber. Es gibt fast keine nächste Woche. Also wir haben natürlich unsere Erstanträge, Arbeitslosenhilfe, die Folgeanträge und so, die diese Woche sehr gut waren für uns, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Und das war es dann aber auch. Wir haben nächste Woche keine wirklichen signifikanten News, die darauf ankommen, dass jetzt der Markt pumpt oder dumpt. Also es spricht schon eher dafür, okay, weniger News könnten wirklich für einen Rücksetzer sorgen. Außer wir kriegen noch irgendwelche spektakulären News von außerhalb. Fett, was weiß ich was da draußen, glaube ich. Aber momentan nach jetzigem Stand erst einmal nicht. Gut, dann gehen wir schon zum letzten traditionellen Markt und das ist der DAX. DAX, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jetzt mittlerweile Short. Ihr seht hier, ich bin auch jetzt erst gestern, bin ich reingegangen. Gefällt mir ehrlich gesagt erstmal nicht so. Klar, das Sentiment, wo ich schon mal darauf angesprochen habe, ist überwiegend weiterhin Short. Deswegen muss man hier ein bisschen noch vorsichtig sein. Ich bin jetzt schon mal reingehüpft. Ihr seht hier momentan Stop-Loss bei 16.100 Punkte. Nee, ist ein bisschen höher. 16.100, also 2% Risk momentan. Key Level, was wir hier noch da drüber haben. Ich gehe trotzdem ganz ehrlich davon aus, dass wir hier nochmal einen Short sehen. Wir haben Bearish Divergence auf multiplen Timeframes, vor allem auf dem Daily. Wir schauen uns im 4-Stunden-Timeframe an. Die Bewegungen nach oben werden immer schwächer. Das Volumen ist jetzt auch nicht mehr so wirklich Bombe. Bearish Divergence auf dem 4-Stunden-Timeframe. Also es spricht schon mehr dafür, dass wir zumindest einen Rücksetzer kriegen. Ich habe jetzt mal als ersten Take Profit hier unten auserkoren. Die 15.600 ist nicht viel, aber der Trade ist auch riskant. Deswegen müssen wir hier ein bisschen vorsichtig arbeiten. Und den zweiten hier unten bei 15.344 Punkten. Also ich bin hier eher ein bisschen short, dass wir solche Bewegungen sehen. So ein paar, zwei, drei Teile auf jeden Fall nach unten hin. Um dann, sage ich mal, hier nochmal ein höheres Tief reinzubilden und dann das All-Time-High anzuklappen. Ich bin ganz ehrlich wirklich davon überzeugt, dass wir hier nicht mehr lange brauchen, um das All-Time-High zu knacken. Das Sentiment grundsätzlich bearish. Das stimmt mich jetzt erst einmal grundsätzlich natürlich bullish, weil wenn die Mehrheit short ist, würde es wahrscheinlich weiter nach oben hin steigen. Aber um eine kurze Korrektur mitzunehmen und dann noch den Long, sage ich mal, hier unten wieder zu eröffnen bei 15.300 US-Dollar, ist nicht wirklich verkehrt. Man muss dazu aber auch sagen, wir haben immer noch den Trade von hier unten von den 14.800 US-Dollar in Long beim DAX offen. Der bleibt offen, 50% sind raus als kleines Update. Und den lassen wir auch erstmal noch laufen. Der hier wäre einfach neu mit der restlichen Positionsgröße des Shorts, dass wir hier ein bisschen gegen hatchen können und dann nochmal eine zweite Position aufmachen können. Den hier unten würde ich gerne auflassen und gegebenenfalls nochmal verdoppeln, sollten wir hier wirklich diesen Bounce sehen und dann ein höheres Hoch, dann nochmal verdoppeln. Und dann, um ins All-Time-High reinzugehen, den auf jeden Fall mitzunehmen. Gut, dann kommen wir noch rüber zu Gold. Gold habe ich heute früh im Video schon angesprochen, hat einen ordentlichen Rücksetzer bekommen, ist aber jetzt auch nicht verwunderlich. Also, wie gesagt, ich habe gesagt, US-Dollar deutlich gesteigert. Ist natürlich dann wiederum für Gold etwas konträr. Steigender US-Dollar, schlecht für Gold, Risk-Off, mehr in Risk-On-Assets dann wiederum rein zu investieren. Deswegen, Gold momentan, die Long läuft noch. Ihr könnt euch daran erinnern, 1980 hier unten das Golden Pocket, perfekt gehittet. Trade läuft noch, ich habe die Position verdoppelt. Auch hier müsste ich, glaube ich, auch in der Telegram-Probe announced haben. Das heißt, Entry momentan, 1988 US-Dollar. Stop-Loss bleibt unter dem Tief, weil sobald wir dieses Tief hier unten abgrasen, ist der Trend gebrochen. Da müssen wir uns wirklich ein bisschen Gedanken machen. Momentan passt es alles noch, dass wir zumindest Anfang der Woche, und jetzt könnt ihr euch an den DXY erinnern, wo ich gesagt habe, ein höheres Tief. Das würde dann dafür sprechen, Gold erholt sich, 2027 bis 2036 Maximum, bestätigen wir hier, ein tieferes Hoch und dann wirklich ein Rücksetzer, der es in sich haben könnte. Ein bisschen, vielleicht hier sogar in die Richtung 1920 oder sogar 1900 US-Dollar, die Finanze. Aber, das ist wiederum dann für mich ein potenzieller Nachkaufbereich momentan. Ihr seht hier unten das Golden Pocket. Ich würde mich ab dem 0,5er dann orientieren, hier nachzukaufen und dann nochmal hier unten bei den 1900 US-Dollar. Ihr wisst, ich bin von Woche zu Woche ein bisschen mehr Gold-Fan geworden. Ich kaufe auch für alle Bitcoin-Investitionen, die ich kaufe, kaufe ich auch immer noch die Hälfte davon an Gold ein bisschen dazu. Einfach, um das alles hier ein bisschen abzuhörern. Ich bin kein Fan vom US-Dollar. Ihr wisst, das System wird früher oder später kollabieren. Ich kann euch nur dieses eine Video mit Weltwährungstausch oder Weltmachtswechsel empfehlen. Schaut euch das gerne an. Kannst euch vielleicht am Ende auch nochmal verlinken. Deswegen, ich bleibe bei Gold. Kurzfristig Korrektur absolut drin. Momentan ist es aber noch nicht bestätigt, weil wir hier immer noch höhere Tiefs bilden. Das heißt, der Trend ist intakt. Wir haben höhere Hochs, höhere Tiefs. Solange dieser Trend hält, ist alles in Ordnung bei Gold. Solange bleibt die Position auch offen, bricht dieser Trend. Dann müssen wir uns auf jeden Fall hier unten in das Golden Pocket orientieren. Und dann ist auch einmal eine Korrektur möglich. Ich bleibe aber dabei, die nächsten vier bis acht Wochen sehe ich hier auf jeden Fall das All-Time-High kommen. Und dann müssen wir weiterschauen, wie hoch wir ballern. Soweit möchte ich mich noch nicht äußern. Soweit gehe ich noch nicht. Schauen wir einfach mal. Wir können mal ganz kurz, um das mal ein bisschen so backzutesten. Ihr wisst, ich mag so FIP-Spielereien ab und zu immer mal ein bisschen. Schauen wir uns das doch einfach mal ganz kurz an. 1,618er, 2054. 2,618er, 2,2. 3,618er, 2,3. Und das 4,618er, 2,5. Diese Ziele können wir erst einmal ein bisschen so festhalten für die nächsten Wochen und Monate. Und dann könnt ihr euch selber ausrechnen. 10 bis 20 Prozent sind hier auf jeden Fall noch drinnen. Gut. Und dann gehen wir zum Schluss noch rüber zu Bitcoin. Wie sieht es dort aus? Ich habe es das frühen Video schon gesagt. Grundsätzlich auch, weil ich jetzt von den traditionellen Märkten erst einmal mit einer Korrektur ausgehe, gehe ich bei Bitcoin auch erst einmal davon aus, die 28,29k wäre der erste Step. Ich bleibe aber dabei, das übergeordnete Ziel, und das zeige ich euch jetzt ganz kurz mal mit dem FIP-Retracement hier, würde hier bei 24.000 bis 25.000 US-Dollar liegen. Also das wäre so weiterhin das Wunschszenario, dass wir früher oder später hier nochmal runterkommen. Und das sehen wir aber auch erst, sobald wir hier dieses Tief, sage ich mal, rausnehmen bei den 27,7. Dann ist die Chance sehr, sehr hoch, mindestens an die 25.3 zu gehen, wenn nicht sogar hier unten an die 23.4, wo unser Golden Pocket liegt. Und übergeordnet bleibt aber das Ziel, solange wir die 32.500 US-Dollar nicht endgültig rausgenommen haben, bleibe ich dabei, kein Bullrun, erst sobald diese Marke fällt und diese auch mit einer mindestens Daily, besser wäre Weekly Candle, bestätigt wird. Gut, gut, das war es dann erst einmal zum Marktausblick, hat wieder riesig Spaß gemacht. Wenn ihr noch irgendwelche Wünsche oder Sonstiges habt, schreibt sie unten gerne mal in die Kommentare. Wie denkt ihr nächste Woche über die Märkte? Bullish, bearish, rein in die Kommentare damit. Und dann würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns zum nächsten Ausblick oder zum nächsten Video dann morgen früh wieder. Ja, wie gesagt, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und natürlich gerne meinen Partner BingX. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, auf ein entspanntes Wochenende. und nächste Woche dann würde ich sagen, erfolgreiche Woche. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer, stay quick.